lol sex damage was ich mit dem verarschen ne du das lassen wir lieber leute geht mein ganz im uni sonst drauf und das bringt mir nix das bringt nix da gehen wir nur drauf den machen wir irgendwann mal aber sicher nicht jetzt so wir müssen dahin komm ich doch auch oder wieso hey da ist gerade und ich kann meine bewegen was soll denn der unsichtbare wand alter wie ich sowas liebe in spielen da ist eine unsichtbare wand toll das ist wirklich toll so was gut dann gehen wir halt rundherum unsichtbaren wände wo ist denn das nochmal rundherum hier hinten muss es irgendwo sein wenn ich nicht drauf kommen man ja genau das man zwei meter verfluchte scheiße was soll denn der scheiß wieder man unsichtbare wände sowas ist ein witz in jedem game jetzt kommt man da nicht rauf an das normale kletteraktion so hier ist dieser verfluchte tun da darf ich jetzt reingehen ich bräuchten zombie zwecks unsichtbar sein und kriege ihn nur her sollten auch fackeln ausrüsten aber naja das problem mit den fackeln ist die gelten heute nur dann ja ich muss ja sowieso umlegen die mistmaden von daher von daher bringt man das eh nicht viel am besten ist tarnen schnell rein und zack boom bang machen aber dazu bräuchte ich einen zombie hier ist kein schwanz da hinten ist einer das ist ein bisschen weit ja ist aber besser wie nix ich kann ihn ja ein bisschen oh das sind viele hallo oh ne der dicke ne leg mir am arsch da gehe ich ohne tarnung rein das ist mir nur lieber wir fighten mit den schattenjägern wir machen die alle schattenjägerkiller zockerhande ist da das wird jetzt was werden scheiße ich höre euch schon ja die hosen sind voll leute ernsthaft oh kacke das gefällt mir nicht das ist scheiße ist das da sind sicher schattenjäger ja und hier sieht es auch aus wie wenn oh kacke kacke ist ganz schlecht leute ganz schlecht ja die sind sicher stinksauer die typen bräuchte irgendeinen zombie irgendeinen zombie brauche damit ich mich tarnen kann da ist einer da gibt es glaube ich noch haran das ist doch dieser tun nach haran ne schauen wir mal wir tarnen uns mal ok wir sind getarnt jetzt geht es ein bisschen leichter so jetzt geht es ein bisschen leichter neue tarnen so die kiste nehmen wir auch mit die zeit haben wir jetzt auch so es orientiert sich alkohol da brauchst du was zum saufen hier bei denen sonst kriegst du ihn herz k spal so wir gehen wetter den einen zombie lassen leben dass er mir nur tarnen kann frage ist noch wohin muss hier ich bin noch getarnt hoffentlich so neutarnen ist angesagt ein besonders hässlicher der macht einen breakdance neutarnen nochmals ich muss hier irgendwie vorwärts kommen denn einen lasse leben hier weil falls ich eine tarnung brauche hier sind nämlich schattenjäger wisst ihr und mit denen legt man sich nicht so gern an jetzt wird's jetzt geht's rund ich nehme diese waffe jetzt ich habe ihn wir müssen uns tarnen oh oh der ist stinksauer der ist stinksauer boah das ist so spannend scheiße ihr seid mir egal ehrlich gesagt ihr seid jetzt nicht mein problem die sind jetzt echt nicht mein problem ich trau mich schon gar nichts mehr hier machen oder sind ja noch welche ich muss mir neu tarnen da ist ein schattenjäger komm neutarnen ist super geh vorbei geh vorbei aber dass ich den nicht mit E platt machen kann das ist ein bisschen umgehen so wir haben ihn das ist so eine Arschgeige alter das ist so spannend ja das ist glaube ich der Schwierigkeitsgrad auf schwer kann man den jetzt nicht einfach platt machen das geht nur mit normalen Zombies das ist der Schwierigkeitsgrad einfach wenn man es weiß ist das total in Ordnung oh das ist nur ein bisschen was so scheiße ich habe so Schiss hier Leute ernsthaft wir müssen da noch weiter ja da sind ja noch viel mehr den muss man platt machen gut dann muss ich mich mit dem nur anlegen hier oh wir müssen weg krepier tarnen 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 oh ist das spannend verfluchte Scheiße und schwierig auch noch so wir reparieren die Waffe jawohl das habe ich gratis gekriegt dann kann ich sie nur ein bisschen länger behalten die ist nämlich gut neu tarnen und Attacke wir müssen dieses Viech da hinten umbringen und dann haben wir es glaube ich so wie habt ihr du besser du ey muss mich noch nicht verarschen von dir neu tarnen inzwischen kann ich mich mit dem Schattenläger anlegen aber es ist halt eine ungemütliche Sache ne so was haben wir hier der Honig oder was oh so wir haben die oh was war das denn oh komm da war irgendwas was ich nicht gesehen habe ich glaube da war einer hinter mir Leute aber wir haben äh das Nest so gut wie platt gemacht viel ist da drin nicht mehr oh es ist scheiß spannend boah ich sollte ja auch warten bis es Nacht wird aber das ist halt da wirst du alt ne so wir werden was anders machen Leute ich werde einen kleinen Cut machen ich äh knack jetzt dieses Schloss und dann mach mal ein schönes Kettchen da haben wir nur was vor hier ach komm na komm schon Schloss ach komm schon du Scheiß Schloss das war Millimeter blödes dämliches Kack Schloss lass dich knapp so geht doch ist das da ja ich nehm sie mal mit man kann sie ja verkaufen so wie gesagt ich spechere mal an ich sage danke fürs Zusehen Leute wir haben nur einiges vor und nächste Folge geht's weiter mit dem Schattenjäger der Nest wir machen wieder mal einen Cut wenn es euch gefallen hat abonniert mich liked mich schreibt einen Kommentar ich würde mich wirklich drüber freuen bis zum nächsten Mal euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe Tschüss und und Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018